Die Bügel schließen Autos an. Warte, heiß? Wollte mal mit? Wir haben Platz. Moment, warte, warte, ganz kurz. Betraut sich jetzt noch nicht? Ah, alle Böcke. So, die Bügel werden einmal kurz angesichert, dann geht's los. Äh, nochmal zwölf, musst du noch mal ein bisschen rücken. Oder war das mal anders? Zwölf ist ein Kindersitz, du musst mal ein bisschen nach links rüberkursen. So, jetzt müssen wir bei dir ein bisschen rüber drücken. So, haut die Leute, fang was an, es gibt uns. Ladies and Gentlemen, welcome. This is the show. This is the show. We're going to see the next show. So, nehmen wir jetzt mal ganz geschreid mit Magenfrau. So, Magenfrau, wir werden jetzt ganz selten und vorsichtig. Es geht los. Ah, komm gleich, komm gleich. Die Mädels nach vorne drücken an, hier ist rein und nach oben hin und nach oben fahren. So, guck mal, wir wissen doch gar nicht, dass das geht. Dann würden wir auch schon mit reinsetzen werden. Aber ganz gemütlich rauf und runter, ähnlich ist das. So, na gut. Machen wir es mal ein bisschen gemütlich. Vielleicht probiert das noch ein bisschen aus. So, dann schauen wir mal den Spaß mal ein bisschen an. Es geht los! So, dann schauen wir mal die ganze Kiste mal an. Schauen wir mal, wo die ganze Kiste mal los ist. Wir lassen das runter. Auf, auf! 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 Einmal richtig durchgeschnuddert und zurück, ihr habt es gepackt, Freunde, da sind wir. So, alles regelt, alles freut sich, wir haben es überschreit, wir wollen uns ja was zu bitten.